Wie funktioniert der Impfstoff von AstraZeneca? Ja, der AstraZeneca ist ein Vektorenimpfstoff. Er benutzt einen Adenovirus von den Schimpansen, der also für die Menschen ungefährlich ist. Und in diesem Virus wird das Erbgut eingebaut. Und dieses Erbgut wird dann durch den Virus in die menschliche Zelle eingeschleust. Dieses Erbgut gibt dann die Information für unsere Zellen, um das Spike-Protein produzieren zu können. Dieses Spike-Protein wirkt als Antigen und unser Körper kann dann dagegen seine Immunabwehr aufbauen.